Suchst du einen Schuh mit guten Dämpfungseigenschaften? Der neue 880 von New Balance richtet sich an Läuferinnen, die einen Schuh suchen, der mehr Substanz bietet. Seinen Platz unter den Neutralschuhen findet er aufgrund seines tollen Laufgefühls, das er bietet. Beim nahtreduzierten Phantom Fit Obermaterial glänzt er mit Atmungsaktivität und mit einer hervorragenden Passform. Während der Abrollbewegung verteilt das Absorb-Dämpfungspad die Aufprallkräfte in der Ferse. Sehr gute Dämpfungseigenschaften auf allen Laufuntergründen bietet die komfortable Aktiva Dämpfungszwischensohle. Verantwortlich für einen sicheren Halt und gute Stabilität ist die T-Beam Mittelfußbrücke. Durch die Flexkerben ist der Schuh dynamisch und die Abrollbewegung verläuft gleichmäßig von der Ferse bis zum Vorfuß. Der New Balance 880 V5 eignet sich für alle Läuferinnen, die einen komfortablen Schuh für ihre langen Läufe suchen. Wenn auch du mit diesem Modell auf deiner Laufstrecke willst, dann komm in deine Runnerspoint-Filiale oder bestell ihn direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF, 2020